Ich habe gehört, wir gehen heute in die neuen Reddit-Memes von euch. Ich habe gehört, die sollen sogar lustig sein. Angeblich sollen eure Memes sogar lustig sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass die Reddit-Memes mal lustig sind. Nefas, nachdem er 6 Stunden lang unbezahlt gearbeitet hat und endlich 69 Sekunden Pause bekommt. Ich hätte schon gefeiert, Bruder, wenn irgendjemand noch hier so Nefas seine Fresse reingemacht hätte, Bruder. Wenn man bei Nefas einsteigt, Nefas Auto oder Nefas hatte ich mal einen Führerschein, Nefas ist 17. Joost, woher hast du immer diese Bilder? Was zum Teufel? Was zum Teufel, Joost? Mit zwei oder drei Bildern. Gut, daher kommen die Bilder. Käfers. Hat da jemand wirklich zwei Marienkiefer genommen? Wurde eine Marienkiefer den anderen penetriert und da das Bild von MGP drauf gemacht? Und das andere soll nie was sein. Ich? Fünf Minuten vor der Englischprüfung. Jo, Bro, can you beibringen paar Tipps? Jo, Bro, can you beibringen paar Tipps? Sehr nice, sehr nice. Bruder, also sehr, sehr gut, Bruder. Sehr nice. Ich, wenn Kevin meinen Sub vorliest. Wo ist denn das Problem? Warum denn Rage? Das sieht nach Rage aus. Wenn eine Cousin von Tommy dir einen Arschbohrer gibt. Okay, okay, okay. Wenn Kevin Eierdruckmacher bekommen hat. Was ist falsch mit dir, Mann? Ich geb dir eine Bombe. Du gehst rückwärts schlafen. Was? Kevin, der Discord ist extrem limitiert. Discord 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17. Ach, komm mal. Also, das ist doch auch... Halt auch Troll einfach, ne? Die Szene jetzt voll... Könnte für manche User sehr laut werden. Jetzt lehme ich rein! Jetzt alle mich rein! Oh, wir haben mich gleich... Wir haben mich... Danke an XKers fürs Clip raus. Ich hab dafür keine Zeit, Jungs. Das wissen die auch. Die wissen auch. Oder wenn der Stream aus ist, dann geh ich auch nicht auf den Roleplay-Serv. Ja... 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 Distanze mich davon. Ich distanze mich davon. RP geht vielleicht... Ich weiß, was du hast ne Roligste gehabt. Ich hab eine in die Toro jetzt. Also, ich weiß, was du hast ne Roligste gehabt. Ich hab eine in die Toro jetzt. Ah, ich muss liken was einfach... Ja, was soll ich sagen? Es ist halt einfach true. Es ist halt einfach true, Digga. Es ist halt so ne Sche... Es ist halt... Was soll ich dazu sagen, Digga? Ihr habt doch auch einfach recht. Doch, dann. Was gibt Anthroxia? Hör mal, Anthroxia. Deine Nachricht hab ich... Hör mal, Anthroxia. Ich hab deine Nachricht bei Instagram gesehen und ich habe sie gekonnt ignoriert. Der hat mir irgendeine Scheiße geschrieben. Der hat mir irgendwas geschrieben, was mir immer so dumme Instagram-Leute schreiben, aber so auf extra. Er hat extra geschrieben. Er wusste, er würde mich dann provozieren und manchmal antwortet, ich sollte nämlich provozieren. Ja, ja. Und das, was du geschrieben hast, Anthroxia, ich weiß, dass du es nicht ernst gemeint hast. Du hast es nur geschrieben, weil du mich triggern wolltest. Und du hast es auch ganz kurz geschafft, weil ich dachte, es wäre real. Ja. Ich lese vor, ich lese vor, was er jetzt so Dings geschrieben hat. Zu dem, yo, Monti, wir haben ein Deal-Game gekauft. Das Game wird heute verschickt. Ich hab's gekauft. 20.000 sind schon raus. Und der dümmste, der dümmste, die dümmste Nachricht, die ich bekommen habe, ist, ja, ja, schlechter kann man sowas nicht faken. Daumen runter. Das ist genau so, wie mir so ein richtiger Instagram-Witzer schreiben würde, Digga. Und ich denk mir so, wer ist das? Und ich, ah, okay, Anthroxia, okay. Ein weinender Weinfass. Oh nein. Das ist so schlecht. Ey, das ist so schlecht, dass es auch wieder ein bisschen lustig ist. Das ist einfach eine Weinflasche mit dem Etikett in Form des Gesichtes von Nefas mit Tränen in den Augen und Beinen. Merke ich mir. Oh nein. Sprichwörter mit, ach komm, das ist auch wieder, bei Joost ist immer, das wird doch wieder Scheiße. Was heißt, wenn ich schon dieses Bild sehe, wie ich da hinten liege? Äh, never, never charge a book. Never charge a book. Kevin Bongers, irgendwann in 2020. Never charge a book. Ja. Kann man sich auch aufschreiben. Never charge a book. Never charge a book. Eins in die Chat, wenn es stimmt. Wenn Kevin du sagt. Hä? Frauen beim ersten Du. Jetzt, jetzt alle mich rein. Oh, wir haben mich gleich. Wir haben mich. Oh. Falsch gesagt, aber halt. Snoop Pineapple, subge in den Chat. So, Finn, was hast du gesagt? Nefas ist ein kompletter Vollspass und hat keinen Plan, was er tut. Und wie findest du Orange und Orange? Der ist auch behindert. Und unwitzig. Okay. Oh, er hat mich unnustig genannt. Ich meine, das ist nicht schlimm, aber er hat Nefas beleidigt. Niemand beleidigt Nefas außer mir. Niemand beleidigt Nefas außer mir. Dies leid. Niemand beleidigt Nefas außer mir. Everywhere I go, I see him. Everywhere I go. I see his face. Ich werde dich. Oh. Es gibt eine Sache, die ich sagen muss. Eine Sache, die ich euch sagen muss, wenn ich das Ding ist. Bond hat mir zwar auf Ehrenbruder Basis die Spiele da gegeben. Also auf Ehrenbruder Basis. Da bin ich über einiges an Cash da gelassen. Aber Teil des Deals war noch eine Sache. Und dafür hat er mir auch die 100 Subs gegeben. Das ist eine Anzahlung. Es gibt da eine Sache, die ich dafür machen muss für diese 100 Subs. Die habe ich mir natürlich also nicht for free macht Monti natürlich gar nichts. Na Monti. Na. Gefällt dir meine Beine? Gefällt dir? Gefällt dir hier meine schönen Söckchen und meine schönen Beine? Na. Hier, guck mal. Guck mal, für weitere 100 Subs, da würde ich sogar deinen Namen für weitere 100 Subs würde ich sogar deinen Namen hier hinschreiben. Hier so, hier so Montana Black 88. Feinste Ware hier in meinem Stream. Feinste Ware. Weißt du, du musst gar nicht zu diesen ganzen Twitch-Streamerinnen gehen, ja, die da irgendwie auf ihre Oberschenkel irgendwelche Namen draufschreiben. Geh, Bruder. Ich mach das auch. Ich mach das auch. Wenn Elina sagt, sie steht auf Hasen. Kevin. Ach. Äh, will ich. Ich mach ihr mal einen Gefallen von Shadow Bloomer. Her dad came home. Äh? Her dad came home. Amerikanischer Orange im Orange. Orange ist 100 Mal hübscher. Finde nicht, dass die sich eh nicht sehen. Oha. Orange ist 100 Mal hübscher. Finde nicht, dass die sich eh nicht sehen. Oha. Ja, weil er das auch lesen wird. Einfach mal auf Profil gehen. Oha. Wer ist das? Hab noch nie gehört, dass ein Mädel sagt, ich bin hübsch. Außer Dina. Und die Dina ist für mich die schöne Frau. Äh, die kenn ich doch, Digga. Ey, ich weiß nicht, warum, aber die kommen ja bekannt vor, Bruder. Ah, das ist City Drivers Freundin. Ich wollt grad sagen, die kommt mir voll bekannt vor. Orange im Orange. Video, Kevin. Orange im Orange. Hä? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Erklär mir einer. Das ist das Video. Das bin ich. Und ich schlag mir selber in die Fresse? Oh, und M. Das verstehe ich nicht. Tabasco, Bruder. Wenn du vor deinen Kollegen flexen willst, kann ich einfach so essen, beziehungsweise trinken. Und es ist halt real talk nicht scharf. Bruder, das Ding ist, ich hab halt altes Tabasco damals getrunken. Keine Ahnung. Bruder. Seit wann ist das denn so scharf, Digger? Da widerspricht sich jemand mal nicht. Wer würde eher seinen Körper verkaufen? Eins, zwei, drei. 500 Euro. Mon Blanc. Meister. Stück. Kugelschreiber. Original. Wird er auf meine Hand jetzt geschrieben? Der 1, 2, 9, M, S. Hier, Bruder. Wenn ich mir nachher einen runterhole will. E-Sub-Gifts hier für meinen Knie-Codex. Montez, das ist nicht so, wie es aussieht. Ich sag dir ehrlich. Mein Knie war schon immer dir versprochen. Das war nur ein Anteaser. Oh, richtig. Mein Knie gehört dir. Schönes Knie hier, Diggi. Oh, ja. Crush. Wenn Crush endlich Newt schickt. Oh, scheiße. Das ist real. Das ist echt Newt. Phoenix feels Batman. Blazed. Kevin, seine Schwester. Nobody, nothing, Alabama. Peck-Opening von Pokémon. Ist es deine Freundin? Er ist meine Schwester. Jetzt einfach auch mal erzählen eine kleine Real-Life-Story. Oder wenn du den Clip bei TikTok postest, ne? 200.000 Aufrufe. Save. Ein Aufruf. Ja, Phoenix. Ich meinte, wenn du auf TikTok postest, relevant bist. Hätte ich mir damit sagen sollen. Puh, dieser Junge. Ist der schönste Junge aus der Stadt. Doch keiner kennt die Marken, die er hat. Aufgestallt läuft er durch die Street. Ihr würdet ihn erkennen, wenn ihr ihn seht. Er zieht jeden Tag am Harni an. Für die Weiber ist er ein... Was willst du damit sagen? Er schaut die Weiber immer dreist schief an. Warum er keine findet, weiß niemand. Wir gehen direkt zum nächsten Meme. Loch ist Loch. Sie schickt dir ein... Bild. Aber deiner ist größer. Digga, Tobi hilft, ne? Tobi hilft, ne? Der immer hat Humor. Kevin-HP-Schießereien. Sich zurückziehen und besser im HP equippen. Versuchen selbst mit einer HP die Situation noch... Um danach noch realter flexen zu können. Das ist so true, Alter. Das ist 100% Real Talk. Rafax. Werden sie Kevin aufheben? Nein. Sie sind eingestellt. Empty. Erdbeben. Erdbeben, Digga. Oh mein Gott. Ich hab Angst, Digga. Das ist so nicht lustig. Ich hab Angst, Digga. Ohne Scheiße. Man, guck mal. Man sieht, wie mit dem und alles wackelt, Bruder. Also. Also, nee. Einfach nur nee. Auf frischer Tat ertappt. Ist doch nicht wahr. Wer sind Sie denn? Carsten Rote mein Name. Ich bin Kioskbesitzer. Ja. In hinten in der Ecke. Der hat mich bestohlen. Sie hat mich auch bestohlen. Sie halten gerade die Zigaretten in der Hand. Ich kann jetzt hier raus. Schönen, aber du dich nicht schämst, du. Ah, sch***. Here we go again. Weisheiten mit Kevin. Vor fünf Tagen. Äh, vor sechs Tagen. Einerseits muss ich pissen. Andererseits... Muss ich aufs Klo. Der nicht rauchende Boss. Skippen wir. Reddit Nicole. Das hat... Bruder, das ist halt ein 0815 Vorschlag von Google. Reddit Nicole ist ein 0815 Vorschlag. Oh mein Gott. Das ist so gut, dass ich es sofort muss. Aber ich möchte nicht. A real caller. C4L. Digga, da war ich 15 oder so. Mit so einem lila T-Shirt. Call ist von der... A real caller. Das war ein Schuss ins eigene Knie. Klede 300 Bits. Warum hatten wir einfach so einen kleinen Lümmel? Weil er raucht. Von Rauch und Schwumpf der Penis. Ah, okay. Und zwar war da jemand, der hat... Bevor er bei der Polizei eingestellt worden ist, nochmal eingeraucht. Weil er dachte so, okay, bevor ich... Sei mir nochmal ein... Viele fragen sich nun, was passiert eigentlich genau, wenn ich Kokain nehme? Let's find out. Wer ist denn ein Butterbrot... ...mit Butter? Das ist voll die gute Frage. Wer ist denn ein Butterbrot mit Butter, Alter? Ich meine, das ist doch aus Butter. Kennen wir schon. Oh mein Gott. Ich hab Angst, Digga. Ich hab Angst, Digga. Ich hab voll Angst. Ohne Scheiß, Digga. Was ist das denn, Alter? Oh mein Gott. Lieb ich. Puh, dieser Junge. Hab ich auch schon gesehen, oder? Ja, genau. Okay. Alles klar. Das waren eure wirklich minimal lustigen Reddit-Memes. Danke fürs Einsenden. Wenn ihr selber auch mitmachen wollt, Reddit-Memes einsenden, beziehungsweise, ne, mit ins Video reinkommen, oder abwoten, runterwoten, hier ist der Link. Reddit, orange im orange, kommt rein, dauert nur 10 Sekunden maximal, seid ihr drinne, und könnt mit abstimmen, was im nächsten Video gezeigt wird. Dankeschön für die Einsendungen, und ich hoffe, ihr werdet weiterhin so lustiges Zeug einsenden. Kuss. Ich fühl mich so leer. Ich umgib nur Kälte, keine Feelings, ich bin leer. Mehr. Ich will immer mehr, aber Menschlichkeit und Treue sind hier leider nichts mehr wert. Leer. Ich fühl mich so leer. Ich umgib nur Kälte, keine Feelings, ich bin leer.